Es ist gerade sehr wählerisch. Ich auch bei meinem Express-Reis. Die leckere Basis für ein ausgewogenes Essen. Schonend, aufgegarte Reis und frisches Gemüse. Ohne künstliche Zusätze. Genau das brauchen wir jetzt. Beginn mit Ben. Und Gutes kann so einfach sein. Probier jetzt auch meine cremigen Risotto-Gerichte. Fertig in drei Minuten.